Willkommen, um euch zu vernichten! Was? Das kann ich ja nicht glauben, oder? Wir brauchen etwas. Lucy, es ist doch ganz schön einfach, die einfach zu besiegen. Weißt du was? Man muss nur das machen. Guck! Liebe! Oh! E-Ein-Süßigkeiten! Oh, das war jetzt aber nicht geeignet. Oh, alle Häuser werden zerstört. Die Welt von DuBloos kann alle aufhalten. Dionysch! ist alles ödel. Hey, Kaffee Lucy! Diese bittere Flüssigkeit hat mir das gegeben. Das und diese Nerven habe ich mit dich beim Angriff gestört. Ja, ja, ja. Und weißt du was? Du hättest etwa die Duplus mit diesem herzigen Herz lieber nicht schlucken können, sonst hätte ich gesagt, was für ein Süßigkeit da. Aber Lucy, die Duplus ist so böse dafür. Und ich bin auch noch gleich nicht böse, oder? Ich kenne aber dieses Loch, wo dieses Ende von den Duplus gibt. Diese Duplus haben da drauf getretet und der würde es einfach zerstört. Keine Ahnung, aber komm, lassen wir uns jetzt gehen. Wir gehen jetzt in dein Haus. Was? Ah, schon wieder nicht mehr! Ach, oder? Na, ne, 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 ne. Tat, Moss, Ham. Weißt du was? Du bist... Du bist... Man muss etwas verstärken, wir war früher mal alles super, aber jetzt ist es nicht. Hier ist aber doch super! Egal ob das derawnerv emotives ich wünsche mir dass diese welt wieder normal ist bist du dir wirklich sicher dass es der stern schnuppe ist warte ich glaube wir müssen wieder auf den anderen warte mal irgendwas interessantes oh es ist so cool wie sich dann 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 Alle in der Batcave! Alle in der Batcave, bitte schnell! Komm schon! Mir tut das weh! Mir ist so kalt! Deine Übeltäten waren ja noch da, oder? Weißt du was? Ich hätte dich überhaupt erst mal kommen. Ja, ja, ja! Was redest du denn da? Redest du Quatsch, oder was? Emmett, was warst du da? Hey, war doch alles okay. Hier ist niemand reingekommen. Ah! Hier ist doch jemand reingekommen! Wer ist denn hier reingekommen? Pass auf, wer hier reinkommt! Hallo! Ich bin General Mischmarsch. Ich will euren wildesten Anführer haben. Was? Unseren wildesten Anführer habe ich nicht gehört. Und weißt du wer? Nein, nein! Lass mich mal lieber erledigen! Ich bin der Anführer! Batman! Du bist bloß nicht der Anführer, oder? Nein, ich bin der Kapitän nicht der Anführer! Nein, ich bin der herzige Mädchen-Anführer! Nein! Ich will den wenigsten Anführer! Ich will den Anführer haben! Warte mal! Emmett ist doch der Besondere! Also ist er der Anführer! Mal sehen! Er ist aber zu wild! Was habe ich denn für Kräfte? Du hast Meisterbauerkräfte! Ich habe alle Kräfte! Und du bist gut! Vielleicht auch noch Zerstörer-Erdenkräfte! Was ist das? Das heißt, du kannst diese Boden zerstören! Okay, aber jetzt... Komm mit mir! Hilf mir! Dizzy! Emmett! Was? Lucy! Nein! Ich kann sie nicht mehr jetzt retten! Was soll ich tun? Das kann ich doch einfach nicht antun! Lucy ist in Gefahr! Ich kann sie überhaupt nicht mehr retten! Jetzt gehe ich selber! Tschüss! Lucy! Nein! Keine Spur! Überhaupt gar keine Spur! Ich kann sie überhaupt hier nicht sehen! Hm! Warte mal! Ich habe doch ne Idee! Als die Einung Kitty das alles erstört hatte, habe ich dann eine Idee, dass ich das aufbauen kann! Ja komm! Halt deine Blätter, öffes Pflanzista! Wir retten Lucy! Und die anderen! Oder? Na komm! Oh! Ja! Was? Das gibt's hier! Noch nicht! Oh! Die sind jetzt das System glaube ich, oder? wir sind gleich da halt alle sagen dann auch wenn ihr das nicht wisst dass er ein böse wir sind da bringt diese leute alle ist das system darf ich dein leben retten wer spricht denn hier bitte ich spreche lasst mich mal steuern da sind wir was ist das das ist doch mein rexempo wer bist du denn ich bin rex am teuerbeste archäologe cowboy und alles an viel mehr also das verstehe ich nicht oder was wo möchtest du eigentlich hingehen na ich will zum system gehen meine freunde was halte ich lieber fern von system system es wurde von einer alien königin besetzt das schad das ist als ich mal mit deinem gleichen haus mal her gestoppte dann war irgendwas was passiert und ich habe mich wieder und wie hast du dich bitte schon befreit kann ich dir vielleicht später erzählen sonst aber ging nicht weiter von sister system das schafft es aber die härtesten jungs du bist ja ein kleiner guter raptor du bist ja voll kitzelig na komm du bist der beste raptor ms woher kannst du denn bitte schon mein name ja ich kenne nicht von was du herauf fliegt so hallo hallo ich